und heute habe ich hier 20 verschiedene päckchen für euch am start 20 verschiedene serien in einem video ich habe sie euch ein bisschen gezeigt hier direkt am anfang aber welche serien das genau sind das gucken wir uns jetzt natürlich an 20 verschiedene und wir starten direkt mit der euro 2020 alaba ronaldo spieler kenne ich immer noch nicht erstes päckchen erste serie let's go diese videos machen wir mal besonders viel spaß weil wir halt so viele verschiedene serien haben das ist einfach so eine gute durchmischung von allen beliebigen serien der letzten jahre einfach ist und das macht einfach spaß die auszupacken so erstes pack und wir starten mit finnlands granlund dann joel feldmann von den niederlanden von den holländern vielleicht können wir am ende auch noch eine ganze aufstellung zusammenbasteln von allen gezogenen karten das wäre auch gerne natürlich nur von den fußballkarten ich habe auch ein paar serien dabei die nicht fußball sind du du minen aus finnland stepanenko aus der ukraine kai harz als wunderkind dann nordöland playoff team erst direkt im ersten pack ca7 hier ca7 bernardo silva bruno fernandes als attacking trio aus portugal und joel pojan palo ebenfalls aus finnland drei finden hier im pack das hat man auch selten dass man aus einem pack dreimal die gleiche nationalität bekommt ja so zweites pack match text action 1920 also die aktuellste serie vom hause top es wird ja auch bald die top match text extra serie erscheinen und darauf freue ich mich auch schon hier für euch beziehungsweise für einen von euch derjenige der am schnellsten diesen code die einlöst in der top match text app der bekommt halt das virtuelle pack viel spaß für dich sage ich jetzt einfach mal weil es kann ja nur eine einlösen rizuto aus vom erzgebirge aue marco höger vom ersten nefze gülle roberts goff hoffenheim paku alcazar vom bvb renato steffen vfl volsburg leon gorecka und leon gorecka ich finde er sollte auch einen stammplatz in der deutschen nationalmannschaft bekommen ich habe ja immer gesagt sechser toni groß und emmerich hat ich gesagt aber obwohl da könnte auch eher leon gorecka hinpassen also wir haben wirklich die deutsche nationalmannschaft ist wieder meiner meinung nach für die euro 2020 so gut aufgestellt außer in der abwehr in der abwehr sollte man also jogi löw inschölder bitte nominiere matt hummels wieder bitte hol ihn zurück in die deutsche nationalmannschaft matt hummels der muss da rein weil mit ginter und jonathan thar glaube ich kann man keine europameisterschaft gewinnen und matt hummels hat in den letzten wochen in den letzten orten top leistung gezeigt und es einfach ich finde matt hummels gehört in die deutsche nationalmannschaft was sagt ihr schreibt unten rein seid ihr ja matt hummels oder für nein matt hummels das würde ich mal gerne wissen und wie ich jetzt von thema gorecka auf hummels gekommen bin das kann auch nur fachs united hier und korecka philipp barkfrede gonzalo kastro padarada von sandhausen mockenhaupt und dynamo dresden das logo ich glaube das hatte ich auch noch für die zweite bundesliga konferenz noch nicht gehabt und deswegen freut es mich sehr dass ich jetzt hier das dynamo dresden logo gezogen habe ja volkski sehr sehr geil zack kommt da oben mit dazu dann haben wir fifa world cup brasil und das ist natürlich eine sticker serie an die wir uns sehr gerne zurück erinnern ihr wisst was rosen 14 passiert ist und wir reißen die sticker auf die euro sticker wird es auch demnächst geben da bin ich auch schon so hype drauf auf die euro euro sticker auf die europameisterschaft sticker castillo aus ecuador dann haben wir jesus corona aus mexico dann südkoreas kim ching wuk ibiza olic geiler typ ibiza olic den typen habe ich auch geliebt früher beim hsv sogar noch mit mladen petrich geiles sturm du fata dauda aus ghana so dann haben wir handballsticker die aktuellste handballsticker die habe ich auch die sticker ausgepackt leider ist deutschland ja schon ziemlich früh ausgeschieden till eulenspiegel als maskottchen dann haben wir ein mannschaftsfoto moritz ist drohsack oder strassack dann wieder ein mannschaftsfoto und noch eine mannschaftsfoto das letzte ist hier vom sc magdeburg das kann ich erkennen da am logo jawohl handballsticker haben auch abgehakt das steht ab und zu nicht häufig da steht nur ab und zu mal unten in kommentaren dass ich auch mal lego den jago karten auspacken kann aber ich finde ich möchte mich auf pex und night eigentlich nur um fußballserien fußballserien auspacken weil ich einfach in den sport ich liebe fußball spiel und ja ich spiele habe selbst damals im verein gespielt im fußball verfolge ich halt schon seit meinem 6 7 lebensjahr würde ich ungefähr sagen und deswegen fußball ist das meine leidenschaft fußball ist einfach meine leidenschaft solche serien packe ich auch gerne ab und zu mal aus gerade halt in solchen mix videos kann man solche serien meiner meinung nach gut mit einbinden lego und in den jago und da haben wir folgende karten einmal den wachsamen kohl dann haben wir kluge pixel reparatur action karte dann eisraupe als fahrzeug karte und mega duel meister wo mit 98 power da unten das läuft auf jeden fall bei ihm fifa 365 kommt als nächstes die training cards die axl serie und da starten wir mit einem schalker benjamin stambouli stambouli vom fc schalke emerson von schelzi joe felix aus atletico madrid oder von atletico madrid enzo perez luke schor und jason den ayer den ayer habe ich übrigens in meiner jata bsc fifa karriere missionstierfreunde ja es gibt auch etwas andere sticker die heute aber ich glaube das ist auch mit die letzte serie die sich nicht um fußball handelt fauler drache ist das der skywalker leute ich habe den skywalker gezogen ihr kennt doch vielleicht den max den maximilian skywalker da und da habe ich ihn ich habe ihn als sticker gezogen er wollte und hier sind direkt noch mal das ist alles natürlich nur ein spaß ist ja klar ein späßle hier das skywalker noch mal hier stinkt so draco rex rock wat sia da bin ich dann haben wir hier ben masterful der orni tocherius und zu guter letzt den spinosaurus ich habe gedacht das ist missionstierfreunde und ich habe das sind ja hier nur dinosaurier die ich gezogen habe ja moin okay hatte ich wahrscheinlich ein besonderes pack so dann haben wir die premium euro 2020 serie das ist auf jeden fall eine geile serie und welche limi wir haben die premium limited edition von joe felix ja habe ich jetzt schon mal ein paar mal gezogen deswegen freut es mich nicht so sehr mir fehlt glaube ich ein zwei premium limis die fehlen mir noch aber immer ziehe ich joe felix und verrati das sind so die die hauptkandidaten bei mir dann war deutschland als line-up karte michael lustig fans favorite keeper als nur stopper gain sterling wesh von als attacking trio und dennoch die base karten von fabian ruiz gutkehr nico schulz kritschowiak und otz dojev so die kommen da oben hin zur euro serie ok eine serie habe ich doch noch leute ich habe die word of tanks serie von panini aber dann kommt wirklich nur noch so wie ich das sehe es kommen nur noch fußballserien heute das kann ich euch versprechen nach dieser serie nur noch fußball 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 zu den world of tanks karten kann ich jetzt leider eh nicht so viel sagen wir sind halt ganz normal kann man damit zocken mit den panzern und hier halt immer der panzer name der tank name der panzer name ja das sind die karten die kamen glaube ich zur gamescom 20.000 20.000 ja moin äh 2018 raus 2018 war 2017 ich bin mir auch da nicht ganz genau sicher ein paar mal habe ich die auf jeden fall geöffnet die world of tanks sticker äh ja fifa 365 sticker jetzt am start hier endlich wir kümmern uns wieder über wir kümmern uns wieder um den besten sport der welt witzelgötze julian brandt battery und ben zaha taschaev mirsov graham hansen van dijk rapineau marcelo und koné von lian dann haben wir die uefa women euro 2017 niederlanden sticker serie also die frauen euro 2017 da haben wir suzanne pires geiler sticker hier der panini seid falls hier sticker damals dänemark logo dann haben wir claudio claudia neto und askrim dodir aus island und leider ich sag's euch ich schwöre inshallah dieser dänemark sticker wenn man den in der euro serie jetzt eigentlich gibt zur 2020 serie beispielsweise oder wm 18 oder wo halt dänemark mit mitspielt und mit dabei war und diesen sticker den könnte man auch einfach in der euro sticker serie einkleben und es würde niemand merken der einfach immer guckt schnell durchblättert er es würde niemand merken es würde nur die denjenigen auffallen oder diejenigen auffallen die oder der ganz genau auf die sticker rauf guckt und dann hier oben dieses logo sieht weil das ist das logo zur euro 2017 aber leute ich sag's euch ich glaube in meinem wm 2006er stickerheft wo ich halt noch ein kleiner butchie war da hatte ich das auch gemacht mit einem südkoreaner und da ist es nicht aufgefallen ich sag's euch wirklich so premier league sticker serie premier league sticker ich glaube da war ich einfach das war nicht gewollt damals dass ich das gemacht habe ich glaube da war da war ich einfach dumm und habe den gleichen sticker an noch mal irgendwo eingeklebt ich weiß es nicht genau ist schon so ewigkeiten her wir haben den godison park von everton dann haben wir doherty von wulverhemden pickford von everton wir haben das emirates stadium das arsenal stadion ist das und dennoch bin chillway mit ricardo perreira von leicester sehr gut so die kommen hier unten in mein ganzer tisch ist schon vor ich glaube ich sollte heute keine aufstellung zusammen basteln weil hier sind so viele serien auf dem tisch da müsste ich erstmal alles weg sortieren ja und so viele geile spieler ja wir hatten euro serie hatten mal ein paar gute hier fifa 365 auch dabei mit hier van dijk sich da vorne direkt jago aspas wir haben die la liga sticker an tunis und du jacob ok jetzt auch nicht so was haben wir noch hier die konfet cup sticker serie und von fett cup sticker die sind mir sehr sehr im herzen geblieben sage ich mal barra russis von neuseeland bailey white von australien toni groß sehr geiler sticker fabian orilana und was zieli wäre so ski aus russland wie viele serien aber noch sechs stück müssten das sein euro 2012 holen ukraine und guckt euch mal an welchen sticker wir hier bekommen miros love close und miros love close ist einfach legende leute ohne spaß ne christian paulsten fernando torres junges tvg auch noch am start hier alter leute die euro 2012 sticker serie habt ihr mal lust auf den retro unboxing nur von euro 2012 serie wo ich 20 tüten oder so auspacke guckt euch diese geil stick an close stevie g und fernando torres junge alter geil 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 premier league axl 1920 also die aktuellste serie haben wir dinay und grey powerpaar dann haben wir ollie norwood kurz zuma davy pröper jet stier und jane duffy jane duffy match jacks 18 19 bundesliga kriegen wir da was besonderes lukas erdezky ist das doch und das ist lukas erdezky als star karte haben wir daniel bayern von aue bertram dem hierbei von hoffenheim und oscar wendt von borussia mönchengladbach drei päckchen habe ich päckchen habe ich noch bundesliga-sticker serie 19 20 und wen habe ich hier axel witzel axel witzel vom bvb even and dicker andy ajay starspieler paderborn dominik drechsler köln und felix klaus von wolfsburg wo lege ich die und ich lege die über die panzer die die bundesliga spieler die bundesligisten euro 20 16 man gala jana son zu jack petro rodriguez und marcus berg aus schweden die lege ich hier über die handballsticker und dann einmal das letzte pack noch und dann waren es da dann waren das 20 verschiedene päckchen leute und mir jetzt wieder riesigen spaß gemacht und guckt euch diese ganzen serien hier auf dem tisch an herrlich konno aus japan per mertesacker jawohl das passt ja perfekt leute torosidis jobo und edinson kavani als hätte ich gewusst ne leute das unboxing ist zu ende und ihr wisst was ich jetzt mache ich setze mich jetzt erst mal drei tage in die eis tonne haut rein bis zum nächsten mal und tschüss und